In finsterer Zeit, blutiger Verwirrung, verordneter Unordnung, planmäßiger Willkür, entmenschter Menschheit, wo nicht mehr aufhören wollen in unseren Städten die Unruhen. In solche Welt, gleich einem Schlachthaus, wollen wir wieder einführen, Gott! Jetzt will ich aber wissen, wer an all dem schuld ist. Misch dich nicht ein, Dach! Mit Ochsen hab ich Mitleid. Der Mensch ist schlecht. Die Menschen sind für deinen Plan nicht reif. Erst muss, bevor die Welt sich ändern kann. Der Mensch sich ändern. Denn es ist eine Kloft zwischen oben und unten. Größer als zwischen den Bergen, Malaya und dem Meer. Die aber unten sind, werden unten gehalten, damit die oben sind, oben bleibt!